Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Play League of Legends Mache ich jetzt so ab und zu mal Alleine mit Freunden ist ja egal Und es ist ja gerade dieser One for all Mirrors Mod drauf Wo alle Spieler bei den Teams den selben Champion spielen Und wir machen das jetzt einmal mit Blitzcrank Ich habe nicht mal für Blitzcrank gewotet, aber das ist egal Denn die Mehrheit siegt immer Ja, das kann jetzt sehr lustig werden mit den 10 Grabs und 10 Ultis und so Und nebenbei ich kann mit Blitzcrank gar nichts Also ist das auch schon mal was Schönes So und da sind wir auch schon wieder Ich habe nur kurz meine FPS hochgeschraubt Jetzt bin ich hier mit League spielen Weil ich habe mal unten auf meinen Ping geguckt Den hätte ich mal so ändern sollen, ne? Wäre aber besser, ja Und ich überlege gerade wozu ich Ignite mit habe Aber ich bin ganz schön dämlich Oh mein Gott Als Blitz... Naja, ist egal Ist überroll, ist überroll Ich bin mit Ignite Sollte jetzt auch... Sollte jetzt auch nicht das Problem darstellen Achso, ich lade jedes League of Legends Match in ein Stück hoch Also kann niemals zwei geteilt Wenn ein Mensch eine Stunde dauert, lade ich das Video als 1 Stunden Video hoch Punkt Oh, wer hat hier gerade 100% Los! Gen... Genyu 1, 2, 3, 4 Gib mal Gas Ich weiß nicht, ob ich dich richtig ausgesprochen habe Wer hat jetzt alles für Blitzcrank gewartet, bitte? Kann vielleicht ganz lustig sein Auf jeden Fall hinter Minions stehen bleiben und dann rappen Oh, was geht los? Ich weiß nicht, was hier als mit Blitzcrank als erstes Level in der Fall Ich weiß nicht, was hier als mit Blitzcrank als erstes Level in der Fall Ja, äh, YOLO Döhm 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 Ich bin ein Blitzcrank Lol Na, da kommt schon der erste Grab zurück Ich weiß gar nicht, wie lang der ist Ja, ja Hetzt man nicht, ne Brauch Egrapp ihn Come on Wollen wir zu sehen Das hab ich mir gedacht Wie dumm ist das denn 2 AFK Oh, das ist Kake Das ist kacke. Das ist wirklich kacke, Leute. I'm stay alive! Stay alive! Ah 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 Stay alive! Stay alive! Weil er wird gar nicht knapp. Report AFKS. Ja. Report Blitzquank kannst du nicht schreiben, ne? Das findet ein Totall hier, ne? Oh. Abdeh! Support Blitz! Okay. Fuck. Ja, ich hatte kein Rap. Entschuldigung. Ich hatte gar nichts gerade. Doch, ich hatte Sprint. Wow. Jetzt will ich zu hochleveln. Ach. Fuck. Ich hab gesagt, ich bin mit Blitzquank schlecht, aber niemand wollte auf mich hören. Ich bin mit 10 Latiren. Ich bin mit 10 Latiren. Fuck! Ich bin mit 10 Latären. Typ Typ Ich krieg auch keinen verdammten Kill nicht mehr durch Eaton Ice Wenn ich level einfach alles gleich mäßig und fällig ist So mach me that Aaaaah was hab ich getan? Aber komm wir haben ihn fast getötet am Tower Ich muss euch mal anja, Level 6 Habe bei den Ulites wird's ein bisschen durcheinander werden, ne? So... Einen kriegen wir von euch! Einen kriegen wir! Nicht den Minion! Uns guckt der aber auch in Shadow nicht, ne? Was soll das? Ich hab keine Mana! Ja bittet Ich hab nicht nur noch viel Geist den Meina Ich hab nicht gedacht, ich hab nicht die ... dass die Animation nicht so toll ist. Hab ich ja gerade den Mini-Tot geworben. Lass! Ich hab so gesagt, lass! Oh! 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 Wir müssen mehr Scheine rausdrucken kennen, haben sie auch nicht getan. Ey, das Kerl ist ein Blutrausch, Jungs! Ey, ich bin auch kacke mit Blitzy. Ich wollte ja ein anderes Spiel. Ich mach sie raus. Ich muss sie rauskennen, mit gutem. Ich muss ihn rauskennen. ah la 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 so wie das gemacht woi do 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 did do 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 nada Läuft bei uns. Läuft bei uns. Kriege die Locke. Oh, deine Omi, Alter. Ich wollte nur noch Schaden rausdrücken. So. Das hier würde ich gerade verkacken, ne? Wenn wir 5 gegen 3 spielen. Wii Player 1. Der Magnetendu. Ich könnte mich mal ballen. Ich könnte wohl jetzt einfach meine Ulti in die Luft setzen, weil mir danach ist. Aber das ist eine Abglückzeit von 25, also. Oh, es liegt. Verdammt. So. Undeck damit. So. Undeck damit. Trollololololol. Ja, was kann ich dafür, dass das 2 AFKler sind, ne? Nichts. Nein, gar nichts. Denn ich bin definitiv nicht Blitzquart. Und jetzt werde ich angeschrieben, was mich gerade sehr ankotzt. Ich bin gleich gewohnt. Ich nehme erst seit 8 Minuten auf, wassup? Was sollte der grab? 3 AFK. Läuft bei euch. Läuft bei euch. ah- Ah! Wo kann ich nix? Oh, jetzt hab ich ihn... ...Glebt nur hochgelevelt. Baller! Ich habe ihn in das Leben gesaved. Meine Möne und das Ding. So. Ich werde meine RP. Alles in die RP. Aber ich will die gehen! Okay. Geilste Beschreibung von Roboter! Wir müssen das Ding fertigtes? Ich kann nicht pushen, geht ja gar nicht klar. Ich meine, wir sind 5 gegen 2. Fokus, Blitz. Neu. Ja, das macht nicht schlimm. Wie soll ein Blitz-Fokus? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass wir ein Blitz-Quang-Fokus? Na gut, ist noch weg. Nochmal, das ist ja nicht geworfen immer noch. Sag ich. Du 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 Sooo, läuft! Wenn wir jetzt diesen Nibitower wegmachen, dann kann man auch noch rausgehen. Oh, ich komme 0, ich aktiviere das, das wird zu schnell. Maaah! Dann gehe ich nur wirklich Gott gleich, wenn das so weitergeht. Ja, ich komme zu 0, ich aktiviere das, das wird zu schnell. Dann gehe ich nur wirklich Gott gleich, wenn das so weitergeht. ... Ja, ja. Ja, er kriegt die ja wohl, ne? Oh Gott, da. Einfach mal Eifer rein, damit wir Glück bei Twinity haben. Die gerade einen Full-App, ne? Ja, und... Außer ich. Der Grotat nicht. Ich komme einfach den empfohlen, ein Item, das muss ich nie blitzspiegeln. Hoppala. Scheiße. Der Grotat. Wie es aussieht. Da muss man Yolo-Swacking überlegen, Alter. Einfach feste drauf. So. Das ist keine. So. Das ist keine. Fuck. Geh weg. Ender treffen können. Hat aber nicht. Fokus, Blitzquack. So. Da ist Otto. So. Da ist Otto. Der Grotat ist voll raus, ne? das ist ein artisANG wäre PAC. So... Weihe auf der Klärfe legen können Komm, willst du es bitte wenden? Können wir jetzt bitte beenden? Ich würde wohl einen Blitzgewand zu dritts besiehen können, Alter. Leute! Leute! Please! Alter... Jungs... Weilen durch meine Haare... Ich bin da vorne noch... ... und so weitergehen... Woh, hallo! Komm, ich will den Swank! Die machen mich down, die PNATS Die haben dir eh gesagt, dass du dich grappen lassen sollst Alalalala Verdammt Oh na Report Was ist denn nun? So Wie das weitergeht, habe ich gleich eine Trinity zusammen Ich wollte gerade sagen So, das ist US-Mitwende Ich bitte ergib mich viel zu Und sage bis zum nächsten Mal Bis dann und ciao So